Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Wieder aus Heidelberg von der bundesweiten Wilhelm und Else Herrios Lehrerfortbildung zur Astronomie. Und da geht es um ein ganz spannendes Thema heute, nämlich um Zwerggalaxien und dunkle Materie. Da hat es ja immer ein bisschen geknirscht in letzter Zeit. Da kann man Vorhersagen mal abklopfen. Und dazu wird uns der Marcel Pawlowski vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam die Details erklären. Wenn man eine Galaxie hört, stellt man sich meistens so etwas vor. Das ist unsere nächste Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, eine große Spiral-Galaxie. Die größte Nachbargalaxie von Andromeda wiederum ist die Triangulum-Galaxie. Das ist eine Aufnahme. Man sieht die Sternenverteilung. Man sieht auch Vordergrundsterne natürlich. Und man kann sich aber auch anschauen, spektroskopisch, wie bewegen sich die Sterne in dieser Galaxie. Man sieht einen Teil ist rot verschoben, einen Teil ist blau verschoben. Im Vergleich zur systematischen Geschwindigkeit dieser Galaxie. Und daraus kann man ableiten, dass diese Spiral-Galaxie rotiert. Ein Teil bewegt sich von uns weg, ein Teil bewegt sich auf uns zu. Und das kann man vermessen. Die Messkurve, die man daraus erstellen kann, ist die sogenannte Rotationskurve. Also man kann auftragen, die Entfernung vom Zentrum einer Galaxie gegen die Geschwindigkeit. Also eine Galaxie hat im Zentrum die höchste Dichte an Sternen und auch an Gas. Zum Außenbereich hin fällt das exponentiell exponentiell ab, sodass in den Außenbereichen sehr, sehr, sehr wenig Masse vorhanden ist. Insbesondere das Gas geht noch weiter raus, aber hat wirklich einen verschwindengeringen Anteil. Wenn man sich dann die Gravitationsgesetze hernimmt, Newtonsches Gravitationsgesetz, man setzt die Fliehkraft mit der gravitationlichen Anziehungskraft gleich, kriegt man daraus eine erwartete Verteilung der Geschwindigkeit. Und die sollte abfallen, nach außen hin. Das heißt, die Galaxie sollte immer langsamer rotieren, je weiter man nach außen geht. Was man aber beobachtet, ist, dass die Rotationskurve flach ist. Das heißt, die Geschwindigkeit, je nach Abstand, ist relativ konstant. Das sehen wir auf der rechten Seite. So, auf der rechten Seite sehen wir das sozusagen, wie eine Galaxie tatsächlich beobachtet wird. Natürlich sehen wir nicht die Bewegung, aber wir sehen die Rotationskurve. Und daraus kann man dann diese wunderschöne Animation generieren. Das deutet aber darauf hin, dass irgendwas mit der Massenbestimmung nicht stimmt. Also nicht nur, dass da mehr Masse vorhanden ist, daraus ergibt sich die Höhe der Rotationskurve, aber auch aus der Verteilung. Sie sollte in jedem Fall einfach abfallen, wenn wir sozusagen die Masse an Sternen unterschätzen würden, aber die Verteilung die gleiche ist. Das ist beobachtet worden in vielen Galaxien. Vera Rubin war da eine der führenden Wegbereiterinnen. Und man sieht hier eine ganze Reihe von Rotationskurvenmessungen, die alle darauf hindeuten, dass eben diese Abflachung und flache Rotationskurve bis hin in die Außenbereiche von Spiralgalaxien gibt. Und das kann man in zwei Arten und Weisen interpretieren. Also wir können zum einen sagen, wir nehmen die Sterne und wir nehmen das Gas, das wir beobachten in einer Galaxie, und schauen uns jetzt einen Stern irgendwo in den Außenbereichen an, der sich mit einer gewissen gemessenen Geschwindigkeit bewegt. Wir wissen, diese Galaxien sind alt. Das heißt, sie müssen stabil sein. Das heißt, die Sterne sind ungefähr auf Kreisbahnen unterwegs. Und dann nehmen wir uns die Gravationsgesetze, die uns Herr Isaac Newton freundlicherweise aufgeschrieben hat, und können ausrechnen, wie ist die Anziehungskraft. Und dann faszinierende Animationen, höchste Technik hier. Dieser Stern würde wegkriegen. Eine Möglichkeit, um das Ganze stabil zu machen, ist, vielleicht gibt es da etwas, das wir dunkle Materie nehmen. Vielleicht ist da zusätzliche Masse in der Galaxie, die wir nicht in Gas und nicht in den Sternen sehen. Das heißt, wir packen einfach etwas mehr Masse rein, wir nennen das dunkle Materie, gleiche Gravitationsgesetz, und wow, der Kreis schließt sich. Es gibt eine andere Interpretationsmöglichkeit, nämlich, dass vielleicht unsere Gravitationsgesetze falsch sind. Vielleicht auf den Skalen von Galaxien gelten etwas andere Gravitationsgesetze, als auf der Skala, die wir hier im Sonnensystem oder auf der Erde messen können. In dem Fall bräuchte man keine zusätzliche Anziehung. dunkle Materie, sondern modifizierte Gravitation. Etwas anderes Gravitationsgesetz, das hätte aber den gleichen beobachteten Effekt. Die dunkle Materie ist allerdings das bevorzugte Modell in der Astrophysik momentan, weil es eben zusätzliche Hinweise auf ihre Existenz gibt. Beispielsweise nicht nur in Spiralgalaxien, sondern auch in Galaxienhaufen. Das war tatsächlich der erste Hinweis darauf, dass es so etwas wie dunkle Materie geben könnte. Wenn man sich einen großen Galaxienhaufen anschaut, Fritz Zwicky war der Wegbereiter schon in den 30er Jahren, dann kann man sich anschauen, wie bewegen sich diese Galaxien auf uns zu und von uns weg. Also was ist sozusagen die Geschwindigkeitsstreuung dieser Galaxien? Und auch da kann man annehmen, diese Galaxienhaufen sind langlebige, gebundene Strukturen. Das heißt, sie sollten nicht innerhalb von ein paar Milliarden Jahren auseinanderfliegen. Und dann kann man wieder ein Gleichgewicht herstellen zwischen der Anziehungskraft und der Geschwindigkeitsstreuung und stellt fest, da muss sehr viel mehr Masse drinstecken, als wir beobachten in diesen Galaxien selbst. Ein weiterer Hinweis sind sogenannte Gravitationslinsen. Eine Beobachtung eines Galaxienhaufens und man sieht diese gewogenen Strukturen. Das sind Hintergrundgalaxien, die sich weit hinter dem Haufen befinden. Also man sieht hier sozusagen auf der linken Seite ist die Erde und da beobachten wir alles. Man schaut durch einen Haufen hindurch und hinter dem Haufen sind weitere Galaxien. Diese Galaxien, das Licht dieser Galaxien bewegt sich auf uns zu und wird vom Haufen abgelenkt, wie eine Linse. Deshalb sind es Gravitationslinsen. Aus der Verzehrung und dem Öffnungsradius kann man berechnen, wie viel Masse im Zwischenbereich zwischen dem Objekt und dem Beobachter vorhanden ist. Diese Messung ist interessanterweise unabhängig von der Annahme, dass das Objekt im Gleichgewicht ist. Das heißt, das ist ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass es da zusätzliche Materie geben muss, denn die Messung mit Gravitationslinsen stimmt mehr oder weniger mit der Messung beispielsweise der Geschwindigkeitsstreuung in Galaxienhaufen überein. Und da gibt es immer bessere Bilder. James' Web Space Telescope zum Beispiel hat die hier gefunden. Es ist voller Bogenstücke und jeder dieser Bogenstücke ist eine Hintergrundgalaxie. Teilweise kann man die auch auf gegenseitigen Seiten, die gleiche Galaxie entdecken. Das sind alle zwei Galaxien. Trotzdem, heute haben wir ein relativ etabliertes Standardmodell der Kosmologie. Das ist so etwa die Energiedichte-Verteilung. Das ist auch leider alles, was ich zu dunklen Energie sage. Dunkle Energie macht den Großteil der Energiedichte aus, ist aber für das, was ich jetzt im Weiteren bespreche, nicht so entscheidend, weil es hauptsächlich die wirklich großskalige Strukturenstehung und Ausdehnung des Universums beeinflusst und weniger die Details in der Galaxien entstehen. Baryonen, das sind wir. Das ist die normale Materie. Also wir, Planeten, Sonnen, ihr Hund, so was. Dunkle Materie sollte man eher transparente Materie nennen. Weil dunkel klingt so, als wäre es irgendwie fad oder würde irgendwas abschatten. Tatsächlich können wir da durchschauen. Also wir sehen ja keine Hinweise auf dunkle Materie, weil die per Definition nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Eine Materieart, wahrscheinlich ein neues Teilchen, das wir nicht fassen können. Nicht nur in meinen üblichen Messtechniken. Das aber etwa fünf bis sechs Mal mehr Masse ausmacht im Universum als die baryonische Masse. Es gibt so ein paar Experimente, die versuchen, die dunkle Materie direkt zu detektieren. Dafür muss man sich quasi auf eine bestimmte Idee einigen, was für eine Art Teilchen das sein könnte. Es gibt Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysik. Bis jetzt waren diese leider alle erfolglos. Das heißt, es ist noch ein sehr, sehr großes Mysterium, was diese dunkle Materie tatsächlich ist. Aber sie sorgt dafür, dass eben auch Strukturen im Universum entstehen. Das hier ist eine Zusammenfassung unseres Universums in den letzten 14 Milliarden Jahren. Startet links am Urknall und dann gibt es Entstehung von Galaxien und so weiter, bis wie Sie heute beobachten können. Das Standardmodell ist sehr, sehr gut getestet auf großen Skalen. Funktioniert ziemlich gut. Beispielsweise auch im kosmischen Mikrowellenhintergrund und sagt eben voraus, dass der Großteil der Masse im Universum diese dunkle Materie ist. Was ich in meiner Forschung mache, ist, das Ganze auf kleineren Skalen zu testen. Nicht eben im großen Universum, wo es sehr gut getestet ist, sondern auf den kleinsten Skalen der Galaxien, die wir in unserer direkten Nachbarschaft beobachten können. Die Idee meiner Forschung und auch dieses Vortrags ist, testen wir dieses dunkle Materie-Modell durch den Vergleich seiner Vorhersagen mit den Eigenschaften von beobachteten Zwerggalaxien. Wie machen wir diese Vorhersagen? Die Schwierigkeit ist, rein analytisch kann man das nicht machen. Auf Skalen von Galaxien ist alles sehr dynamisch, sehr nicht linear. Das heißt, was man macht, ist, man baut ein Universum im Computer. Im einfachsten Fall besteht das ausschließlich aus dunkler Materie. Und im frühen Universum, das wissen wir von der kosmetischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, sollte diese Materie sehr, sehr gleichmäßig verteilt sein, mit nur kleinen Dichtefluktuationen. Das ist ungefähr die Situation vor etwa 14 Milliarden Jahren. Man sieht hier die Dichte an dunkler Materie dargestellt. Das ist alles relativ blau, also sehr, sehr ausgeglichene Dichte, aber es gibt kleine Fluktuationen. Im Mittelpunkt dieser Animation wird jetzt eine Ansammlung von dunkler Materie entstehen. Also die Dichtefluktuationen sorgen dafür, dass Materie einströmt, das erhöht die Überdichte, das sorgt natürlich dafür, dass weitere Materie einströmt. Und so entstehen Strukturen. Und kleinere Unterhaufen, sogenannte dunkler Materie, halos, klumpen zusammen, fallen ein und bilden größere und größere Strukturen. Das heißt, Struktur im Universum in diesem Modell entsteht hierarchisch. Von den kleinen Skalen zu den großen Skalen. Was man aber auch sieht, ist, dass im Zentrum sozusagen ein großer Haufen dunkler Materie entsteht. In dessen Inneren würde sich die Milchstraße befinden. Und drumherum gibt es kleinere Haufen dunkler Materie, die diese umkreisen. Das sind die Zwerggalaxien, halos. So, das ist die Vorhersage. Was beobachten wir dann an Zwerggalaxien? Wir hatten hier schon ein Bild von der Andromeda-Galaxie. Tatsächlich sieht man auch auf dieser Aufnahme bereits zwei Zwerggalaxien, nämlich M32 und M110, sind hier eingezeichnet. Das sind relativ leuchtkräftige elliptische Zwerggalaxien. Hier eine Warnung. Vertrauen Sie keinen großen Tech-Unternehmen in Ihrer astronomischen Bildung. Denn vor ein paar Jahren hatte Apple dieses Hintergrundbild herausgebracht und dabei dreisterweise eine Zwerggalaxie verschwinden lassen. Also wenn Sie an Galaxien forschen, wir benutzen zwar einer Apple, aber man sollte skeptisch sein. Okay, das ist die Triangleum-Galaxie, die hatten wir auch schon. Das ist die große Magellanische Wolke. Das ist die größte Zwerggalaxie um die Milchstraße, die man tatsächlich mit dem großen Auge noch auf der Südhalbkugel sehen kann. Die Vorhersage-Zwerggalaxie ist ebenfalls noch eine sehr große Zwerggalaxie um die Milchstraße. Und man sieht aber schon, das sieht schon weniger aus wie das, was man sich klassisch als Galaxie vorstellt. Also es ist keine Spiralgalaxie, es ist eine zwerg-sphärische Galaxie. Man sieht aber noch eine sehr deutliche Überdichte an Sternen im Vergleich zum Hintergrundfeld oder Vordergrundfeld an Milchstraßensternen. Wenn man dann zu kleineren und kleineren Zwerggalaxien geht, wird das immer schwieriger, die überhaupt noch zu entdecken. Ich weiß nicht, ob das jemand sieht, aber da sind ein paar mehr Sterne im Mittelpunkt als an den Rändern. Und das ist die Carinia-Zwerggalaxie. Und das ist immer noch eine sehr größere. Hier ist eine Zusammenstellung von neun Galaxien, fängt oben links bei der großen Magellanschen Wolke an. Also eine der größten Zwerggalaxien und geht dann runter zu immer kleineren. Die große Magellansche Wolke, das sind einige Milliarden Sternenmassen. Die kleinsten Zwerggalaxien, die heute bekannt sind, haben nur einige tausend Sterne. Das ist eine extreme Spannbreite. Auf dieser Aufnahme sieht man, die alle ungefähr in der gleichen Größen skaliert. Wenn man die jetzt alle auf die gleichen Größen-Skala bringt, sieht man die Unterschiede noch besser. Also es gibt sehr, sehr kleine Zwerggalaxien, aber auch relativ große. Das erklärt auch, weshalb es sehr lange gedauert hat, bis wir die meisten heute bekannten Zwerggalaxien entdeckt haben. In Astronomie schauen wir uns gerne immer die Geschichte an. Vor einigen Jahren bin ich in einem Antiquitätenladen in Virginia auf dieses Live-Magazin geschlossen. Das ist von 1954. Und ich musste es sofort kaufen, weil sie eben dieses Special zur Astronomie hatten. Und unter anderem ein Poster über die lokale Gruppe. Die lokale Gruppe besteht aus unserer Milchstraße, der nächstgelegenen Nachbargalaxie Andromeda und all den kleinen Galaxien drumherum. Und so sah die damals aus. Das wusste man damals. Man kannte die Milchstraße, man kannte Andromeda, man kannte die große kleine Marielandische Wolke und ein paar kleinere Zwerggalaxien. Da ist tatsächlich eine Galaxie drin, die, wie wir heute wissen, gar nicht zur lokalen Gruppe gehört, sondern weiter weg ist. Aber viel war das nicht. Seitdem, also in den letzten 60, 70 Jahren, haben wir über 100 weitere Zwerggalaxien in der lokalen Gruppe entdeckt. Viele davon als Satellitengalaxien der Milchstraße. Das kann man sich hier anschauen. Das ist eine Animation, die ich gemacht habe. Der Entdeckungsgeschichte der Satellitengalaxien um die Milchstraße. Was man sieht, ist im Zentrum angedeutet die Scheibe der Milchstraße. Das Ganze rotiert. Also das ist jetzt keine Bewegung der Satelliten, sondern es ist einfach nur eine Rotation, damit man einen Eindruck kriegt, wie die 3D-Verteilung ist. Vor 100 Jahren kannte man die große und die kleine Marielandische Wolke. Die kannte man auch vor 1000 oder vor 10.000 Jahren, weil die sieht man mit bloßem Auge am Himmel. Alles andere ist seitdem entdeckt worden. Und jetzt, während die Zeit voranschreitet, sieht man, es wurden zunächst ein paar der helleren Satellitengalaxien der Milchstraße. Die sind in blau eingezeichnet. Aber erst in den letzten 20, 30 Jahren gab es systematische digitale Himmelsdurchmusterung, die sozusagen zugeführt haben, dass unser Wissen der Zwerggalaxien quasi explodiert ist. Und es heute sehr, sehr viel mehr Daten zu diesen Objekten gibt als noch in den 80er Jahren. So, wir haben also Beobachtung und wir haben Vorhersagen. Die Frage ist also, wie passen die beiden zusammen? Das Einfachste, was wir machen können, ist einfach mal zählen. Wie viele Satellitengalaxien erwarten wir im Modell und wie viele beobachten wir tatsächlich? Das ist eines der ersten Probleme, die aufgetreten sind. Wie man links sieht, die Simulation sagt, tausende von diesen kleinen dunklen Materienhaufen vorher. Beobachtet haben wir so 50 bis 60 bis jetzt. Man kann auch messen, wie viel dunkle Materie enthält eine beobachtete Zwerggalaxie. Das ist so ähnlich wie bei den Galaxienhaufen. Man misst, wie schnell bewegen sich die Sterne in der Galaxie auf uns zu oder von uns weg. Das heißt, wie ist die Geschwindigkeitsstreuung? Je schneller die sind, desto mehr Masse muss vorhanden sein, damit die Galaxie nicht explodiert. Das nimmt natürlich auch wieder an, dass die Gravitationsgesetze gelten, die wir von Herrn Newton kennen. Und man bestimmt dann die Masse als gerade so groß, dass die Galaxie gebunden ist. Wenn man das macht, sieht man diese Verteilung. Auf der horizontalen Achse ist die Helligkeit der Galaxie angeben. Rechts sind sie heller, links sind sie weniger hell. Und auf der vertikalen Achse ist das Verhältnis zwischen der Masse und der Leuchtkraft. Das heißt, je höher sie sind, desto mehr Masse haben sie pro Helligkeit. Man sieht, die schwächsten, die kleinsten, also die ganz links in Zwerggalaxien, sind die am meisten dunklen Materie-dominierten, weil die haben etwa tausendmal mehr Masse, als ihre Helligkeit uns zu sagen suggerieren würde. Wenn es zur Milchstraße hin bis zum Faktor 10 oder weniger runtergeht. Das heißt, die Zwerggalaxien, die wir beobachten, sind die am dunklen Materie dominiertesten Objekte, die wir kennen. Wie verteilt sich die dunkle Materie in diesen Galaxien, kann man auch bestimmen. Und stellt dabei fest, dass aus den Vorhersagen folgt, im Standardmodell, also sogenannte kalte dunkle Materie, sehr relativ massive dunkle Materie-Teilchen, sollten eine Spitze an dunkler Materie, eine sehr hohe Überdichte an dunkler Materie im Zentrum zeigen. Was man aber bei einigen Galaxien beobachtet, ist, dass der Kern eine relativ konstante Dichte aufweist. Auch wieder eine etwas problematische Beobachtung für dieses dunkle Materie-Modell. Zumindest das klassische dunkle Materie-Modell. Gut, was könnte all das erklären? Was kann erklären, dass es weniger Galaxien als dunkle Materie-Haufen gibt? Was kann erklären, dass die dunkle Materie in diesen Galaxien scheinbar etwas anders verteilt ist? Vielleicht haben wir einfach nicht alle Satelliten-Galaxien gefunden. Mit Sicherheit nicht. Es ist sehr viel einfacher, die nahegelegenen zu entdecken, als die weiter entfernten. Allerdings kann man dafür korrigieren. Man kann berechnen, wie viele Galaxien sollten wir entdeckt haben, wie sensitiv sind unsere Beobachtungen. Und wenn man das alles macht, das reicht nicht. Aber ein viel wichtigerer Punkt ist, die Simulationen, die Vorhersagen, basieren vor allem auf der dunklen Materie. Also man kann Simulationen machen, wo man ausschließlich dunkle Materie simuliert. Aber woher wissen wir denn, dass in jedem von diesen dunklen Materie-Haufen auch wirklich eine Galaxie drinsteckt? Wissen wir nicht. Es kann dunkle Materie-Haufen geben, die überhaupt keine hellen Sterne, Galaxien, Gas oder dergleichen enthalten. Das ist dann schwierig zu messen, aber wäre eine potenzielle Lösung dieser Diskrepanz. Oder es gibt einfach weniger von diesen dunklen Materie-Haufen, als die Simulationen vorhersagt. Weil die Simulationen auf einer bestimmten Art von dunkler Materie, der sogenannten kalten dunklen Materie, basiert. Wo das dunkle Materie-Teilchen relativ massiv ist, sich vergleichsweise langsam bewegt und deshalb auch auf sehr kleinen Skalen klumpen kann. Also diese Idee, dass es nicht in jedem dunklen Materie-Haufen eine Galaxie gibt, macht Vorhersagen, nämlich dass es eben ausschließlich dunkle Materie-Haufen geben sollte. Nun, per Definition kann man die nicht beobachten. Zumindest nicht optisch oder elektromagnetisch. Es wäre aber ein extrem eindeutiger Hinweis auf dieses Modell, wenn man irgendeinen Beobachtungshinweis bekommen könnte, der zeigt, okay, hier ist eine Masse, die sich um unsere Galaxie bewegt, die wir in keiner Messung entdecken können, direkt. Es würde eindeutig darauf hinweisen, dass es da irgendeine Art von Ansammlung von Materie gibt, die nicht normal, nicht baryonisch ist. Und eine Möglichkeit ist Lücken in Sternenströmen. Wenn sich Sternenhaufen oder Galaxien um die Milchstraße bewegen, werden sie von den Gezeiten zerrissen und binden teilweise sehr, sehr lange ausgedehnte Ströme an Sternen. Die sind sehr kalt, das heißt, sie sind sehr dünn und haben wenig Eigenbewegung. Das heißt, sie sind sehr, sehr schöne, gleichmäßige Strukturen. Wenn man jetzt so eine Galaxie oder einen Dukle Materiehaufen da durchstößt, sorgt das dafür, dass eine Lücke entsteht. Das ist eine Animation von Amina Helmi. Man sieht in schwarz dieses lange Band, das ist der Sternenstrom. Und man sieht einen kleinen schwarzen Punkt, dass es eine Dukle Materie hat. Der kollidiert mit dem Strom und reißt da eine Lücke rein. Also wenn man das eindeutig nachweisen könnte, wird man sehr starken Hinweis darauf, dass es irgendwelche Objekte gibt, die wir anderweitig nicht sehen. Es gibt ein paar Hinweise auf solche Lücken. Es gibt aber leider auch natürlich beobachtete helle Zwerggalaxien, die dafür verantwortlich sein können. Die Struktur der Milchstraße, der Balken der Milchstraße im Zentrum kann das verursachen. Große molekulare Wolken können das verursachen. Das ist also leider wieder nicht alles komplett eindeutig, aber es ist einer der vielversprechendsten Ansätze, um dunkle Materie Halus direkt nachzuweisen. Was ich gesagt habe, ist, dass diese Simulationen hauptsächlich die dunkle Materie darstellen. Das ist natürlich nicht mehr aktuell der Fall. Heute, moderne kosmologische Simulationen berücksichtigen auch die Entstehung von Sternen, auch die Dynamik des Gases, die Entwicklung von Elementen und so weiter. Machen damit noch schönere Animationen. Auf der linken Seite sieht man die Sterne, die entstehen. Auf der rechten Seite sieht man das Gas. Und hier sieht man die Entstehung von der Seite sozusagen einer Spiralgalaxie, die rotiert. Was man dabei auch sieht, gerade auf der rechten Seite im Gas, ist, wie Supernova-Explosionen und andere sogenannte Feedback-Prozesse dafür sorgen, dass die Verteilung der Materie sehr stark umgekrempelt wird. Also es kann eine Explosion eines Sterns in der Galaxie geben. Das kann dafür sorgen, dass viel von dem Gas nach außen gepustet wird. Das ändert das Gravitationspotenzial, das ändert die Sternenstehungsgeschichte und hat damit wiederum auch Einfluss auf die Verteilung der dunklen Materie, weil die dunklen Materie natürlich auch die Gravitation der normalen Materie spürt. Und es führt dazu, dass eben einige dunklen Materie-Halos eventuell gar keine sichtbaren Sterne bilden können. Andere mögliche Lösungen bestehen in der Natur der dunklen Materie. Das Standardmodell nimmt erstmal sozusagen das Einfachste an, sogenannte kalte dunkle Materie. Ein massives Teilchen, das nicht relativistisch ist. Das ist so massiv, dass es sich mit nicht relativistischen, also mit sehr viel geringeren Geschwindigkeiten als der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und ein Teilchen, das sozusagen ausschließlich durch die Gravitationwechsel wirkt und nicht durch irgendwelche anderen Kräfte. Das ist wieder eine dunkle Materie-Verteilung. Heller heißt mehr dunkle Materie. Hier im Zentrum ist es ein Halo wie um die Milchstraße herum, plus sehr viele kleinere Klumpen, die eben die Satelliten-Galaxien sind. Wenn wir die gleichen Anfangsbedingungen nehmen, aber die Natur der dunklen Materie ein bisschen ändern, nämlich so, dass sie mit sich selbst interagiert, das heißt es gibt Streuungsprozesse, dann sieht das Ganze so aus. Spot the difference. Schwer zu sagen, ne? Großräumig, großkarlig sind die beiden sehr, sehr ähnlich. Das heißt auf kosmologischen Skalen sind die Modelle identisch. Aber auf den kleinsten Skalen, insbesondere da, wo es sehr hohe Dichten gibt, also im Zentrum von Galaxien, da gibt es leichte Unterschiede. Man kann das hier vielleicht so ein bisschen erahnen, in der Mitte ist es etwas runder und ausgeglichener auf dem mittleren Panel als auf der linken Seite. Aber es ist ein sehr, sehr kleiner Effekt auf dieser Darstellung. Man kann auch sagen, vielleicht ist die dunkle Materie nicht kalt, sondern warm. Das heißt, es sind etwas weniger massive Teilchen, die sich etwas schneller bewegen, das dazu führt, dass sich Strukturen auf kleinen Skalen auswaschen. Das kann man relativ deutlich hier sehen. Wieder die gleichen Anfangsbedingungen wie ganz links. Größere Haufen sind weiterhin an der gleichen Stelle, die kleineren verschwinden langsam. Damit kann man eventuell erklären, weshalb es weniger beobachtete Satelliten-Galaxien gibt. Das kann man auch in diesem Plotz anschauen. Auf der linken Seite ist die Dichte der dunklen Materie für die drei Modelle in Schwarz-Kalte dunkle Materie, in Grau gepunktet warme dunkle Materie. Die beiden Linien sind gleich. Das heißt, die würden auch sehr hohe Dichten im Zentrum auf der linken Seite erwarten. Während die gestrichelte Linie zeigt, dass die sogenannte selbstinteragierende dunkle Materie im Zentrum zu einer Änderung der Dichteverteilung führt und damit beispielsweise erklären kann, weshalb es diese abgeflachte Dichte von dunklen Materie Halos in den Beobachtungen gibt. Und auf der rechten Seite sieht man die Anzahl der Halos. Da sieht man, selbstinteragierende und kalte dunkle Materie sagen die gleiche Anzahl vorher aus. Die beiden Kurven sind fast identisch. Aber die warme dunkle Materie sagt eine geringere Anzahl voraus. Das heißt, man kann durch die Beobachtungen versuchen herauszufinden, was sind eigentlich die Eigenschaften dieser dunklen Materie-Teilchen. Gut, das heißt aber auch, wir haben relativ viel Freiheit, was diese dunkle Materie ist und können die irgendwie anpassen, sodass sie unserer Beobachtung entspricht. Gibt es Tests, die unabhängiger davon sind? Und das ist das, was ich relativ aktiv mache, nämlich ich schaue mir die Verteilung und die Bewegung von Satelliten-Galaxien an. Wenn man sich diese drei Panels nochmal anschaut, man sieht einige Satelliten, die praktisch in allen Modellen an der gleichen Stelle zu finden sind. Das heißt, das sind Vorhersagen, wo sich diese massiven Satelliten befinden, die sind unabhängig von der genauen Eigenschaften der dunklen Materie. Und wenn man sich diese Entstehung einer Galaxie nochmal anschaut und insbesondere jetzt darauf achtet, wie fallen denn die kleineren Objekte ein, wie fallen die kleineren Klumpen, wie bewegen die sich? Das ist das, was ich sozusagen den Tanz der Zwerggalaxie nenne. Dann sieht das in etwa so aus. Das ist ein relativ wildes Durcheinander. Die haben Spaß, klar. Aber es kann zu Kollisionen führen. Es gibt keine große Choreografie, keine große Ordnung. Wie sind denn die Satelliten-Galaxien tatsächlich verteilt um die Milchstraße? Was wir hier sehen, ist die Milchstraße von der Seite im Zentrum und dann die Verteilung der Satelliten-Galaxien. Und man sieht, dass große Gegenden, große Regionen, die zwar von Beobachtungen abgedeckt wurden, wo wir aber keine Satelliten-Galaxien entdeckt haben. Und tatsächlich ist die Verteilung in 3D mehr eine abgeflachte Ebene. Relativ dick natürlich, aber abgeflacht und nicht kugelförmig, so wie eigentlich von den Simulationen erwartet. Das heißt, das ist unwahrscheinlich, als solches aber jetzt noch nicht problematisch. Die Frage ist aber, ist das sozusagen eine stabile Struktur? Heißt das, dass die Satelliten-Galaxien eher im Ringe rein tanzen? Oder bewegen sie sich chaotisch durcheinander und das ist gerade nur eine zufällige Anordnung? Und dafür müssen wir wissen, wie bewegen sich Satelliten-Galaxien. Und zwar nicht nur auf und zu oder von uns weg, sondern in drei Dimensionen. Das macht man mit der Messung der Eigenbewegung. Da ist beispielsweise diese Gaia-Mission sehr, sehr wichtig. Vom Prinzip sehr einfach. Wir nehmen ein Foto. Wir haben einen Vordergrund-Stern oder Vordergrund-Galaxie und Hintergrund-Galaxien oder Sterne. Dann muss man geduldig sein, man wartet ein paar Jahre, während der Stern sich bewegt, man macht noch ein Foto. Man kann vergleichen, wie hat sich dieses Objekt bewegt im Vergleich zu weit entfernten Hintergrund-Objekten, die sich quasi nicht bewegen. Das kann man auch mit der Kamera einfach machen. Man stellt sich an den Straßenrand, macht zwei Fotos und kann damit berechnen, wie schnell hat sich ein Auto bewegt in der Winkelgeschwindigkeit. Wenn man dann noch weiß, wie weit entfernt es war, kann man berechnen, wie groß die Gesamtgeschwindigkeit senkrecht zur Sichtlinie ist. Plus dann die Doppel-Effekte. Damit hat man die dritte Komponente der Geschwindigkeit und kann bestimmen, wie ist die Gesamtbewegungsrichtung und die Gesamtgeschwindigkeit des Objekts. Also alles ganz einfach. Man kann es tatsächlich sehen, hier ist ein Doppelstern-System, das sich sehr, sehr schnell bewegt. Das liegt aber daran, dass die sehr, sehr nah an uns dran sind. Wenn wir das Ganze auf Galaxien anwenden wollen, gute Nachricht, die sind schnell. Hunderte von Kilometern pro Sekunde, die Stunde, Sekunde. Das Problem ist, die sind so 10 hoch 18 Kilometer entfernt. Also die Winkelgeschwindigkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Um einen Eindruck davon zu kriegen, wie klein die Winkelgeschwindigkeit ist, wenn Sie das nächste Mal den Mond anschauen, stellen Sie sich vor, da steht ein Astronauten, Astronautin auf dem Mond. Ihre Aufgabe ist es, zu messen, wie schnell wächst das Herr H dieser Person. Das ist in etwa die Winkelgeschwindigkeit. Ich habe Erfahrung damit, etwa 15 Zentimeter im Jahr bei der Entfernung des Mondes. Und mit dem Hubble-Space-Teleskop oder jetzt auch mit Gaia sind diese Messungen möglich. Nicht für einzelne Sterne, aber gemittelt, wenn man eine Galaxie sich anschaut mit tausenden von Sternen, kriegt man statistisch die Gesamtgeschwindigkeit dieser Galaxie sehr präzise bestimmt. Und was zeigt uns das? Das hier ist ein Blick des gesamten Himmels. Man kann sich das vorstellen wie eine Weltkarte, nur dass wir eben in die andere Richtung schauen. In der Mitte ist das Band der Milchstraße. Und drumherum, diese große Struktur, das ist die bevorzugte Ebene, in der sich die meisten Satellitengalaxien befinden. Das ist senkrecht zur Milchstraße angeordnet und man sieht das sozusagen als ein Band am Himmel. Vom dunklen Materie-Simulationen her würden wir erwarten, dass die sich relativ chaotisch bewegen. Das heißt, sie sollten hauptsächlich aus dieser Struktur herauskommen, wenn diese Struktur nur eine zufällige Anordnung ist. Was wir aber beobachten, ist sehr viel mehr Ordnung als erwartet. Die Pfeile zeigen hier die elf hellsten Satellitengalaxien und wie die sich bewegen. Und man sieht, die meisten bewegen sich entlang der gleichen Richtung entlang dieses Bandes. Das heißt, es sieht aus wie eine rotierende Scheibe an Satellitengalaxien. Es gibt einen Geisterfahrer, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, da oben im Norden, Skriptor. Bewegt sich aber auch entlang der Struktur. Und Sagittarius ist außen vor, weil das nicht mal in der räumlichen Verteilung Teil dieser Struktur ist. Wie problematisch ist das Ganze? Man kann das messen. Man kann sozusagen bestimmen, wie dick ist die Verteilung räumlich. Man kann auch, das ist auf der horizontalen Achse rechts angegeben. Und auf der vertikalen Achse ist die Kohärenz der Bewegung angegeben. Wie gleichmäßig bewegen sich die Satellitengalaxien in die gleiche Richtung. Unten heißt sehr, sehr ähnliche Orbitbewegung. Oben heißt komplett chaotisch. Und das ist gemessen für die Milchstraße. Und jetzt nimmt man sich die Simulationen. In den Simulationen nimmt man sich tausende von Milchstraßen analogen. Das heißt, um relativ viel Statistik zu kriegen. Und misst für jede die gleichen Eigenschaften. Und stellt fest, die beiden passen nicht zusammen. Die beobachteten Satellitenverteilungen sind sehr viel abgeflachter und sehr viel kohärenter in ihrer Bewegung als erwartet von der Simulation. Wenn man eine Nummer geben will, das ist ungefähr 1 zu 1000. Eine von 1000 Galaxien sollte so extrem angeordnete Satellitengalaxien haben wie unsere Milchstraße. Aber vielleicht ist das nur eine Ausnahme. Vielleicht sind wir irgendwie speziell. Schaut man sich das Ganze in der lokalen Gruppe an. Bleibt eigentlich erstmal nur die Andromeda-Galaxie als weitere Galaxie, die eben auch von Satellitengalaxien umgeben ist. Und da hat Rodrigo Idoata und sein Team sich das Ganze vor einigen Jahren angeschaut. Es ist eine Animation davon. Man zoomt sozusagen rein, fliegt rüber zu Andromeda. Was man da als Struktur sieht, ist eine systematische Himmelsdurchmusterung der Umgebung von Andromeda, der Panda-Survey. Darin haben sie sehr, sehr viele Sterne vermessen, die sich um Andromeda herum befinden. Die ganze Vorderung ist erstmal weggelassen. Und identifiziert, wo sind denn die ganzen Satellitengalaxien, die wir entdecken können. Man misst also sozusagen die Überdichte an Sternen. Daraus kann man sagen, an welcher Stelle befinden sie sich in der Galaxie. Die kann man anschließend nachbeobachten, beispielsweise die Entfernung oder auch die Geschwindigkeit bestimmen. Das hier ist die räumliche Verteilung. Und als Sie sich dann diese räumliche Verteilung angeschaut haben, haben Sie festgestellt, dass die Hälfte davon sich ebenfalls in einer sehr abgeflachten Struktur befindet. Mit hoher Signifikanz. Ausschließlich in Anbetracht der räumlichen Verteilung. Das alleine ist wieder nicht ausschlaggebend, aber diese Struktur sehen wir von der Seite her. Das heißt, wenn die sich bewegen würden, wenn sie rotieren würden, sollte eine Seite auf uns zukommen, die andere Seite sollte von uns weggehen. Das haben Sie vermessen. Und wenn man das Ganze jetzt sozusagen umdreht, von der Seite sieht, und sich anschaut, in welche Richtung bewegen die sich, ist das tatsächlich wieder so eine Art rotierende Struktur. Das heißt, wir haben so etwas wie zwei abgeflachte Satellitenstrukturen in der lokalen Gruppe, die sich beide tatsächlich sogar in die gleiche Richtung bewegen. Hier ist vielleicht unsere lokale Gruppe speziell. Was wir gemacht haben 2018, ist uns die Centaurus-A-Galaxie angeschaut. Das ist eine massive elliptische Galaxie, etwas weiter entfernt, vier Megaparsec ungefähr, also etwa fünfmal so weit entfernt wie Andromeda. Und wir haben es mit der Forschung auf Science Cover geschafft, mit dieser Zentralgalaxie, obwohl die uns selbst eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Sie ist aber sehr hübsch, insofern nimmt man mit. Tatsächlich ist es für uns eigentlich nur der Ursprung des Koordinatensystems. Und was man sich dann anschaut, ist, wie verteilen sich die Galaxien darum. Man hat festgestellt, die sind auch in einer abgeflachten Struktur. Die sind auch wieder ungefähr von der Seite gesehen. Das heißt, wir konnten wieder hingehen und schauen, was gibt es denn da für Radialgeschwindigkeiten. Man hat es zunächst mit Archivdaten gemacht. Das hier sind alle damals bekannten Satellitengalaxien um eine Centaurus-A und die Kandidaten. Und man sieht, wieder abgeflacht. Und für 16 davon gab es Archivdaten an Geschwindigkeiten. Die schauen wir uns jetzt gleich detaillierter an. So, ist wieder von der Seite gesehen. Und man sieht, das sieht wieder so aus, als wäre es eine bevorzugte Bewegungsrichtung. Das konnten wir seitdem bestätigen mit weiteren Aufnahmen, also weiteren Radialgeschwindigkeitsmessungen für Centaurus-A. Das heißt, wir haben drei Systeme, bei denen diese Strukturen relativ deutlich nachgewiesen sind. Und für all diese drei kann man das Ganze wieder mit Simulationen vergleichen und stellt in jedem Fall fest, dass es größenordnungsmäßig nur eine von tausend sollte diese Strukturen zeigen. Jetzt haben wir aber drei. Irgendwie blöd, ne? Passt also nicht so gut. Was kann das Problem erklären? Was kann diese Diskrepanz erklären? Wo können diese Strukturen herkommen? Es gibt drei hauptsächlich diskutierte Szenarien. Eines ist Einfall entlang kosmischer Filamente. Das zeige ich gleich im Film zu. Der zweite ist, vielleicht kommen einige dieser Satelliten-Galaxien zusammen. Das heißt, sie würden dann zusammen einfallen, hätten eine gemeinsame Bewegungsrichtung. Das würde das ganz gut erklären. Oder sie entstehen als gezeiten Zwerggalaxien. Das ist ein bisschen exotischer, da zeige ich auch was zu. Also zum Ersten, das ist sozusagen wieder die Entstehung von Strukturen jetzt auf einer größeren Skala. Nicht fokussiert auf eine Galaxie, sondern auf das Universum größer und Skalen. Und man sieht eben sehr schön diese sogenannte Filamentstruktur. Entlang dieser Filamente entstehen Halos, die dann Galaxien beherbergen. Es gibt Stellen, an denen Filamente zusammenfließen. Da können größere Strukturen, wie zum Beispiel Galaxienhaufen, entstehen. Aber man sieht, die Verteilung sollte nicht komplett zufällig sein. Das heißt, Galaxien können aus bevorzugten Richtungen Satelliten anziehen. Das Problem ist wiederum, dass diese Effekte natürlich in den kosmologischen Generationen streng genommen schon vorhanden sind. Das heißt, es müsste irgendeine Art und Weise geben, wie man die verstärken kann. Der exotischere Vorschlag, die sogenannten gezeiten Zwerggalaxien oder wenn zwei Galaxien sich ganz doll lieb haben. Gezeiten auf der Erde, ganz kurz, kennen wir. Der Mond sorgt dafür, dass wir Ebbe und Flut haben. Das heißt, das Wasser wird ein bisschen angehoben. Auf Galaxienskalen ist das ganz etwas brutaler. Das ist eine Animation, eine Simulation von zwei Scheibengalaxien, die kollidieren werden. Und dann immer wieder überlagert mit tatsächlichen Beobachtungen, die eine ähnliche Konfiguration zeigen. Die beiden Galaxien bewegen sich jetzt gerade aufeinander zu. Jetzt kurz davor zu kollidieren, das kann man auch beobachten, so eine Anordnung. Und wenn sie dann kollidieren, sieht man, dass Material aus den Scheiben herausgeschleudert wird und sogenannte gezeitenarme bilden. Das ist jetzt gerade im Moment der Kollision. Das heißt, die Galaxien fangen an, deformiert zu werden. Dabei kann auch sehr viel Sternentstehung ausgelöst werden, weil eben das Gas komprimiert oder auch gestreckt wird an verschiedenen Stellen. Da, wo es komprimiert wird, entstehen sehr viel dichtere Strukturen, die dann die Sternentstehung befördern. Und was man jetzt sieht, sind diese sogenannten gezeitenarme. Das heißt, Material wird zu großen Entfernungen herausgeschleudert und bewegt sich relativ kohärent. Und man sieht entlang dieser Arme kleinere Überdichten. Da können sogenannte Gezeitenzwerggalaxien entstehen. Das sind Galaxien, die aus dem Material der großen Galaxien entstehen, sozusagen kleine Babys. Die sich aber alle in einer gemeinsamen Bewegungsrichtung bewegen. Und darüber einen potenziellen Ansatz liefern, diese kohärente Bewegung von Satellitengalaxien, die beobachtet wird, zu erläutern. Das Ganze nochmal wirklich auf diesen Prozess fokussiert. Zwei Galaxien kollidieren und entlang des gezeiten Arms können wie kleine Perlen an der Kette neue Strukturen erlösen. Das kann man auch beobachten. Das ist die sogenannte Kauquappengalaxie. Da sieht man insbesondere sehr blaue, hier auf der rechten Seite, Sternentstehungsgebiete. Das heißt, man sieht, dass in diesen Prozessen neue Objekte entstehen können. Das können jetzt Sternenhaufe sein, das können Galaxien sein. Das ist die Frage, wie man das genau definiert. Das heißt, diese Galaxien entstehen aus den Trümmern von größeren Galaxien. Im Gegensatz zum hierarchischen Modell, wo als erstes die kleinen Zwerggalaxien entstehen und dann verschmelzen und größere Galaxien bauen. Der Vorteil ist, sie bewegen sich in eine gemeinsame Richtung. Das könnte diese Beobachtung erklären. Der große Nachteil ist, dass diese gezeiten Zwerggalaxien keine dunkle Materie enthalten sollten, weil sie aus dem Scheibenmaterial einer Galaxie entstehen, während die dunkle Materie eine größere Wolke um diese Scheibengalaxie herum bildet. Das heißt, die nimmt nicht teil an diesem Prozess der gezeitenarmen Entstehung. Die beobachtenden Satelliten-Galaxien sind allerdings eigentlich dominiert von dunkler Materie. Das heißt, im dunklen Materie-Modell passt diese Erklärung nicht so richtig. Außer wir wollen jetzt sagen, okay, vielleicht müssen wir doch eher mal uns mit modifizierter Gravitation beschäftigen. Wie gesagt, es gab diese zwei Möglichkeiten. Ich habe keine Antwort darauf. Ich finde, wir sollten beides berücksichtigen. Das dunklen Materie-Modell hat sehr viele Erfolge. Modifizierte Gravitationsmodelle haben auch einige. Es gibt tatsächlich Ansätze, die beiden zu kombinieren. Wir wissen es nicht genau, aber es ist definitiv eine spannende Situation momentan. Damit bin ich fertig. Noch mal kurz zusammengefasst. Also, es gibt zahlreiche Hinweise, dass es im Universum zusätzliche Masse gibt, zu der, die wir beobachten können elektromagnetisch. Gravitationslinsen, Rotationskurven, Geschwindigkeit von Galaxien in Haufen, auch so etwas wie der kosmischen Mikrowellen hinterher. Eine vielversprechende Erklärung ist eine neue Teilchenart, dunkle Materie. Oder die Alternative, die Gravitationsgesetze, die wir von der Erde, vom Sonnensystem her kennen, verhalten sich etwas anders auf den Skalen von Galaxien, weil es da um sehr, sehr, sehr viel geringere Beschleunigungen geht als bei uns. Die Modellvorhersagen lassen sich sehr gut mit Zwerggalaxien testen, weil sie eben nicht darauf ausgerichtet waren, diese zu reproduzieren, sondern sich in erster Linie danach richten, das gesamte große Universum zu reproduzieren. Das heißt, man kann diese Modelle dann testen auf Skalen, für die sie zwar Vorhersagen machen, aber nicht, ob diese nicht aufgebaut wurden, das heißt, wo sie garantiert ist, dass es funktioniert. Und tatsächlich gibt es da einige Probleme. Viele davon lassen sich aber lösen, wenn man beispielsweise die Summationen detaillierter macht. Oder auch die Eigenschaften der dunklen Materie etwas anpasst. Eine hartnäckige Diskrepanz sind eben diese Satellitengalaxien-Ebenen. Das ist hauptsächlich meine Forschung. Dazu habe ich einen Artikel geschrieben, der sollte Anfang nächstes Jahres in Physik in unserer Zeit rauskommen, Open Access. Das heißt, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gerne auch da, ist auf Deutsch. Und ansonsten, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.